Sura 106 Quraish, die Quraish Offenbart zu Mekka 4 Ayat Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Li'ilafi Quraish Für die Vereinigung der Quraish Ilafihim Rihlatas Shita'i was Saif Für ihre Vereinigung zur Reise in der Karawane des Winters und des Sommers So sollen sie denn dem Herrn dieses Hauses dienen Der sie speist, nachdem sie gehungert haben und ihnen Sicherheit gewährt nachdem sie in Angst lebten